alle hallo leute und willkommen zu einer neuen folge neuen format auf meinem kanal und zwar geht es um need for speed heat ja ich bin auch schon ganz heiß drauf wie das teil auch schon sagt wir sind hier bei der charakter auswahl und ich habe mich schon für einen entschieden und zwar den hier den wollen mal den wollen wir haben ist nicht aus der stadt die kann ich helfen man sagt deine karren hätten was drauf allerdings geht es um den showdown ja ich bin echt heiß auf die rennen okay ehrlich gesagt in den letzten tagen war die nachfrage echt riesig deshalb ist gerade leere aber die sind noch übrig nicht überragend aber echt gut sieh sie dir an vielleicht gefällt dir eine mama was haben wir hier ein 65er mustang wo haben wir ihn hier kann ich ihn hier hallo auswählen ah hier den wm3 evolution 2 88er baujahr nissan 180 sx type x 96er und jerry camaro ss aber ganz klar bmw bmw hallo guck mal wieder wagen ja dann wie er sich fährt ich kenne ein paar leute beim showdown kann dir ein paar rennen klar machen und auch gleich überprüfen ob der wagen so läuft wie er soll was sagst du klingt gut natürlich jetzt beginn aber ich würde gern hier noch mein lenkrad anschließen wenn es möglich wäre meine lieben damen und herren wohin jetzt dir stehen mehrere rennen zur auswahl in downtown gibt es vor allem lang gezogene kurven in idonshaws viele enge sucht ihr ein rennen aus und legt auf der karte eine rote fest okay wurde hammer okay und jetzt dein kodex wurde gerade aktualisiert falls du irgendwas nachlesen möchtest findest du voll schritt im hauptmann sag mal all diese trophäen bist du ein racer nein mein vater war einer roberto rivera mr clean er hat den gelben 67er camaro selbst wieder aufgebaut er ist damit zum champion geworden von ihm habe ich die werkstatt das ist eine riesen sache er ist auf jeden fall gut fürs geschäft und als racer kann man eine menge geld verdienen das könnte ich gerade gut gebrauchen genau wie jeder andere in der stadt ist super boah der sound alter leute der sound boah du solltest langsam mal zu dem rennen fahren check die karte falls du es nicht findest ich check die karte und ich gib Gas im m3 alter boah geil boah 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 der auspuff boah der auspuff boah ja boah boah auch ein schönes bing wie boah auch ein schönes bing boah der hört sich so schön an mir immer näher da ist das ziel immer näher eh zum starten alles klar ey wieso hat der so Macken ich bin doch nirgends hängen geblieben oder bin ich hängen geblieben also mit dem Auto dass ich hängen geblieben bin weiß ich warum nicht reden hey Dex sei nett zu meinem Freund hier er fährt den Wagen noch ein wenn die Karre von dir ist kann sie auch gleich geschrottet werden fährst du auch mit nein man ich veranstalte auch rennen für Anfänger falls du aus der Übung bist ja ja du bist lustig super lustig überlegs dir einfach na los jetzt müssen wir halt so fahren kann ich auch nichts machen wir sprechen uns nach dem Rennen viel Glück komm gib mal Gas hier komm gib Gas ah cool Mama super wow Faktion abhufung alter rannt der mich einfach doch sack Du gibst nicht auf, was? Ah, fuck. Die Border. Scheibenkleister. Fuck. Komm, dann lass ich bei mir wieder angehen. Uh, nee, das wird nichts. Ich hab schon gefailt. Boah, nee, komm, Boah, nee. Und so sieht ein Sieg aus. Uh. Ja, Platz 3, oder? Nicht übel, ich glaub, du kommst hier klar. Ich glaub nicht. Aber die Leute, ihr müsst es so sehen, äh, jetzt hab ich Platz 3, gell. Äh, ich spiel es grad zuerst mal und ich würd eigentlich gern mit meinem Lenkrad spielen, aber ich darf noch nicht. Ja. Okay. Okay. Du kannst dir eins im Tuning-Shop holen und ich baust dir dann ein. Okay. Die Sache mit dem Showdown ist die, um mitzuhalten musst du deinen Wagen aufrüsten und das kostet Geld. Du fährst also Rennen, gewinnst Kohle und kaufst dir Upgrades, um auch größere Rennen mit höheren Preisgeldern gewinnen zu können. Das ist zwar noch nicht alles, aber so viel zu den Basics. Hm. Zuerst kaufst du dir jetzt dieses Nitro-Kit. Okay, alles klar. Wenn du bei mir einen Wagen kaufst, ist der Service natürlich inklusive. Es ist völlig egal, wie gut du bist, selbst der beste Fahrer braucht einen guten Mechaniker. Also dich, was? Hey, du kannst dich gerne allein mit Palm City anlegen. Mit ein bisschen Unterstützung ist es einfach nur leichter. Wenn du zum Tuning-Shop fährst, kannst du auch gleich mal beim alten Raceway vorbeischauen. Er ist jetzt stillgelegt, aber früher war da einiges los. Und manchmal, zur richtigen Zeit, ist das auch heute noch so. Er ist geschlossen? Ich dachte, diese Stadt lebt fürs Racing. Ja, aber heute findet alles auf den Straßen statt. Da braucht man keinen Raceway mehr. Ja, verständlich. Na bersin, wenn esl pessoas anfangen. Au, wu, wu, wu. icieits und zuwane sind nur ab. Hallo! Okay, hallo? Hallo? Ja, doch schon. Er ist mein Bruder. Der gehörte mal mir. Hab mein erstes Renn darin gewonnen. Er ist perfekt für jemanden, der gerade erst anfängt. Alles klar. Weißt du vielleicht, was mit denen los ist? Oh, wegen dem Showdown gibt's in der Stadt kaum noch Teile. Sie halten sie zurück für Fahrer, von denen sie denken, dass sie es wert sind. Oh, das bin ich nicht. Okay. Der Rookie ist selbstbewusst. Ja, klar. Dann beweis mal, dass du nicht nur rumlaberst. Da sag ich nicht nein. Gib mir dein Handy. Ich bin Anna. Es gibt nur eine Möglichkeit, sich hier einen Namen zu machen. Was? Das ist alles? Ich rufe ein paar Leute an. Halt das den Griff bereit. Ich melde mich bei dir. Okay. Heiße. Test hat abgeschlossen. Hey, während ich meine Kontakte anhau, kannst du schon mal zu den Keys fahren. Es gibt da eine Tankstelle. Da treffen wir uns. Oh, und ich hab dir eine App runtergeladen. Ähm, danke. Ist eine Art Polizeifunkscanner. Wir alle nutzen sie. Echt hilfreich, glaub mir. Alles klar. Dann machen wir hier jetzt mal kurz einen Cut, dass ich check, wie die Einstellungen alles sind. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, tschüss.